hallo und herzlich willkommen zurück in der letzten Folge habe ich nach dem Cut einmal gespeichert und wir sind jetzt hier vorne wieder gelandet gucken wir was mitnehmen können hier ach stimmt vorher war ich da lang auch da kann ich jetzt nicht ran hier haben wir mal jetzt lasst mich die Security Bullseye Herr verdammt, jetzt kommen wir nach Gessie mit ihr Freunde und sie sind die Kameras und ihre besten Freunde holen sich ein Bullseye hier, das bin ich und ich bin gerade nebenbei noch ich weiß nicht, 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 ich schütze Träksen Sie das Sicherheitssystem aus, setzen Sie Roboter und Geschütze gegen Ihre Gegner ein Gut, ich bin nebenbei im Discord, was soll ich verstanden haben? der Alarm die gerade war also nicht wundern, wenn ich hier teilweise Selbstgespräche führe da ist ein Big Daddy wieder da habe ich nicht kurz vergessen try und wenn es giorn umЕ Remote empfiehen sitten haben wir schonישoanders gut was erwartet uns dieses Jahr jetzt sieht nuestras mit Nein, Big Daddy! Das ist der kleine Anstieg, der Maxi-Mann genutzt hat und eh, okay. Bioshock gerade, bisschen noch. Ich hab dann viel Spaß bei den Brumos nachher. Was ist die Forschungskamera? Gut. Geh mit dem alten Teach mal was zu tun. Schieß die Furt, dass die der Karl haben will. Lassen schleunigst sie verschwinden. Was ist die Furt? Da ist der Freund des Perfusionen. Es ist ihre Pflicht, die Träume zu nehmen. Ich will zurückgehen. Das muss ich schöne Bilder machen. Oh! Das war's für heute. 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 Willkommen im Ziel! Ähm... Geht müde. Hm, würde ich... Duuuuude. Ich lass sie mir von dir nicht wegnehmen! Hände weg, ihr Geht! Ich hab den Weg, der die Gurt! Ja, ich hab den Weg, der die Gurt! ich würde nicht vor oben und unten das Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Gut, gut, dass ich mit Munition habe Okay Untertitelung des ZDF, 2020 Gut, gut, gut gingen, gut, gut Hmm. 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 Okay. Wer hat mich? Joa war ja klar. Joa und wie immer sagen... Diesmal seht ihr den Kampf in der nächsten Folge. Bis dann.